Eine spannende Begegnung zwischen Abdullah Omarov und Shamil Kazumov für den TVS-Berry. Herr Zerruss, hat meine船 nicht erklärt. So, Abdullah? Ich möchte, Herr von selbst mal hierzu. Der von der Türpte wird aufgezählt, denn Sie werden hier etwa in der Tür. Sie werden dann hierherin. Ich möchte, Herr von Erlöser, dass Sie miners nicht nehmen können. Ich möchte, Herr von Erlöser ohne dasselbe. Hau den, hûde прод AMY Hau den, h 아니에요 Hau den Foster Hau den,' Hau denör Ich habe das Copyright Untertitel und Hadeechat, Sie nachkommen. Dava, 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 Dava. Mano, Shalom, Adjewan. Otsil, Otsil, Koshagetza. Blau, Basile. Dava, Dava, Basile. Krapalat, Krapalat, Krapalat. Abdua, Basile. Blau greift doch die ganze Zeit an. Blau greift doch alle. Blau, Abdua, Absile. Abdua, 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 Absile. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vole, 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 Vole! Vole, Vole, Vole. Vole, Vole. Das war's, das war's. Was er lenkt, was er ist? Es legt sie sich, was erlöschte! Nicht nur! Macht ihr, macht ihr! Das war's, das war's, das war's. Und die Runde 2 in dieser spannenden Begegnung. Abdullah Omarov ist in dieser Saison ungeschlagen und in der letzten Saison knapp besiegt worden von unserem Schamil. Die Runde 2 in dieser Saison. 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 Die Runde 2 in dieser Saison.